In diesem kompakten Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du in WordPress einen professionellen Mitgliederbereich erstellen kannst. Du kannst mir einfach im Video jetzt Mausklick für Mausklick nachmachen und hast dann, selbst wenn du kompletter Einsteiger bist, nach diesem Video deinen funktionierenden Mitgliederbereich. Es ist wirklich einfach und sieht am Ende auch gut aus, wenn du es genauso machst, wie ich es dir jetzt zeige. Das Ganze ist auch komplett kostenlos möglich, wenn du eben bereits WordPress und eine Domain hast. Wir legen direkt los. Ganz kurz davor noch, alle einzelnen Schritte, die findest du auch nochmal in der Videobeschreibung per Zeitstempel verlinkt. Da kannst du dann ganz einfach draufklicken und ganz schnell zum entsprechenden Punkt springen, der dich gerade interessiert. Wenn du direkt am Anfang stehst, dann schau das Video von Anfang an jetzt hier an und wir legen direkt los. Wir beginnen damit, dass wir natürlich für unseren Mitgliederbereich mehrere Seiten brauchen. Wir legen als erstes mal kurz diese Seiten an. Wir brauchen einmal eine Login-Seite. Ich klicke hier oben in WordPress bei Seiten, alle Seiten auf neue Seite erstellen. Die erste Seite, die wir natürlich brauchen, ist die Login-Seite, über die sich nachher die Nutzer ganz einfach eindomben können. Da klicken wir jetzt hier auch auf Veröffentlichen. Die gestalten wir auch gleich noch. Ich lege jetzt aber zuerst einfach mal alle Seiten hier an, also Login. Dann erstellen wir eine weitere Seite. Und zwar ist das unsere Kursübersicht-Seite angenommen. Wir wollen einen Online-Kurs erstellen, beziehungsweise einen Mitgliederbereich mit mehreren Kursen erstellen, mit mehreren Online-Kursen erstellen. Dann ist das die Seite, wo der Nutzer nachher all seine Kurse, die er eben bei dir erworben hat, vorfindet. So, die nenne ich jetzt einfach Kursübersicht, die Seite. Auch die werden wir natürlich gleich noch mit Inhalt füllen. Da habe ich dir auch fix und fertige Vorlagen vorbereitet. Dann Modulübersicht. Also wenn der Nutzer nachher auf den entsprechenden Kurs geht, dann hat der Kurs ja meistens mehrere Module. Die findet er dort aufgelistet. Dann wählt er eben das entsprechende Modul aus und kann sich dann die einzelnen Videolektionen des Moduls anschauen. Also Modulübersicht. Ich klicke auch hier auf Veröffentlichen. So, beziehungsweise diese Modulübersichtsseite, die können wir auch der Kursübersichtsseite unterordnen. Da suchen wir jetzt hier einfach nach der Kursübersichtsseite. Tada, perfekt. Genau, ich klicke jetzt hier auf Aktualisieren. So, wir schauen uns mal an. Aha, du siehst, die ist jetzt hier auch so untergeordnet. Also die Modulübersichtsseite ist der Kursübersichtsseite untergeordnet. Genau, und dann, beziehungsweise die Modulübersichtsseite, die können wir auch einfach wie den Kurs benennen. Ja, also zum Beispiel Kurs 1, Modulübersicht. Das ist dann auch nochmal verständlicher, denke ich, für dich jetzt. Weil das ist im Endeffekt auch die Kursseite, die Modulübersichtsseite. So, und dann brauchen wir natürlich nachher noch mehrere Lektionsseiten. Weil unser Kurs, der hat ja im Normalfall mehrere Lektionen. Lektion 1, ne, das jetzt einfach mal. Zum Beispiel, ja, Kurs 1, Lektion 1. So, und die können wir dann eigentlich auch direkt hier dieser Modulübersicht unterordnen. Beziehungsweise, wir können auch speziell nochmal eine extra Modulseite machen. Brauchen wir aber nicht unbedingt. Ich werde es dir jetzt mal ohne zeigen. Wird am Ende auf jeden Fall alles Sinn ergeben. Einfach mal so mitmachen. Du wirst es dann schon verstehen. So, jetzt haben wir also schon mal die wichtigsten Seiten angelegt. Kursübersicht, Modulübersicht, Lektionsübersicht und natürlich die Login-Seite. Diese Seiten füllen wir jetzt einfach mal kurz mit Inhalt. Ich würde dir empfehlen, einfach Elementor dafür zu nutzen. Hierfür gehen wir jetzt auf Bearbeiten, bei der Login-Seite beispielsweise. Wir klicken auf mit Elementor bearbeiten. So, ein Header und ein Footer habe ich jetzt bei dieser Seite schon erstellt. Und wir wählen jetzt hier, na, als erstes mal das hier aus. So, und klicken hier oben auf Template importieren. Denn ich habe ein paar sehr coole Templates, gerade für Mitglieder der Bereiche. Die habe ich dir unten mal verlinkt. Da kannst du dann auch Zugriff ganz einfach auf die bekommen. Und dann kannst du super schnell und super zeitsparend deine Mitglieder-Bereich-Seite hier erstellen. Also das ist jetzt hier die Login. Das ist das Login-Template. Das ziehe ich einfach rein. Ja, da können wir jetzt hier, müssen wir auf Fortfahren klicken. Und haben jetzt hier, so, wo ist denn die Login-Seite? Hier, Member1 Login. Also die Vorlage heißt Member1. Und wir klicken jetzt hier auf Einfügen ganz einfach. Klicken auf Anwenden. So, und haben jetzt hier unseren Login-Bereich. Das hier, diese Login-Maske, die werden wir nachher noch austauschen müssen. Ja, hier kannst du ganz einfach ein Logo einfügen. Den Hintergrund kannst du hier natürlich auch abändern. Hier über Stil. Und einfach das Bild austauschen, wenn du was anderes willst. So, ich klicke jetzt auf Aktualisieren hier nochmal, damit es das Ganze speichert. Jetzt haben wir hier unsere Login-Seite ganz einfach erstellt. Wie gesagt, die Templates habe ich dir alle unterhalb verlinkt. Wir machen weiter mit der Kursübersichtsseite. Auch hier klicken wir auf Bearbeiten. Dann auf mit Elementor Bearbeiten wieder. Auch hier fügen wir jetzt wieder das Template ein. Wir klicken hier drauf. Auch hier wieder auf Upload. Und ziehen hier die Kursübersichtsseite rein. Klicken auf Fortfahren. Haben dann hier die Kursübersichtsseite. Ich klicke auf Einfügen. Anwenden. Sollte hier oben manchmal noch der Seitentitel angezeigt werden, dann kannst du diesen auch ganz einfach hier unter Einstellungen bei Titel ausblenden. Ja, hier Ja reinmachen. Gut. Ja, das ist jetzt dann im Endeffekt die Seite, wo der Nutzer ganz einfach hier auf den Kurs zugreifen kann. Da verlinken wir dann die Modulübersichtsseite, beziehungsweise die Kursseite an sich. Hier auf dieser Seite, wie gesagt, sieht der Nutzer seine unterschiedlichen Produkte. Das können wir auch nachher festlegen, dass er eben nur die Produkte sieht, die er beispielsweise gekauft hat. Genau. Und hier kannst du auch so ein Willkommensvideo einfügen. Da klickst du einfach hier auf den Stift. Und dann kannst du die Quelle YouTube oder Vimeo oder so auswählen und hier eben die URL des Videos ganz einfach einfügen. So. Ich schließe mal das hier kurz. So, genau. Also passt jetzt hier. Auch diese Seite passt. Die können wir hier natürlich nachher noch verlinken zu unserer Seite der entsprechenden Kursse. So. Das passt jetzt aber, wie gesagt, erst mal. Und dann bearbeiten wir die Modulübersicht. Hier klicken wir auch auf mit Elemento bearbeiten, und machen das Ganze jetzt eben genau gleich wie gerade bei den anderen zwei Seiten. Auch hier ziehe ich mir wieder hier die Modulübersichtsseite diesmal rein. Modulübersicht einfügen, anwenden. Wunderbar. Auch hier kannst du natürlich diese Vorschaubilder der unterschiedlichen Module ganz einfach austauschen. Klingst du auf Aktualisieren. Und jetzt hier noch die Lektionsübersichtsseite. Auch hier wieder dasselbe Spiel. Die können wir uns natürlich nachher auch x-mal duplizieren. Hi. Gleich geht's weiter mit dem Video. Wenn du ernsthaft daran interessiert bist, einen erfolgreichen Online-Kurs zu erstellen, dann habe ich jetzt was für dich. Meine eigenen Online-Kurse habe ich weit über 4000 Mal verkauft. Und in diesem kurzen 27-seitigen Buch zeige ich dir die exakten sechs Schritte, die ich gehe, um erfolgreiche Online-Kurse zu erstellen. Aber wie gesagt, dieses kurze Buch ist nur für Menschen gedacht, die wirklich ernsthaftes Interesse daran haben, einen erfolgreichen Online-Kurs zu erstellen. Und um dieses Buch komplett kostenlos zu bekommen, klicke einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dann landest du auf eine Seite, wo du das kostenlos anfordern kannst. Und in einer Minute circa hast du dann das E-Book in deinem E-Mail-Postfach. Also ich wünsche dir natürlich maximalen WP-Erfolg mit deinem Online-Kurs. Und jetzt geht's wie versprochen weiter mit dem Video. Normalerweise hat unser Kurs ja nicht nur ein Modul und nur eine Lektion, sondern eben mehrere Lektionen an Videos. Und deshalb zeige ich dir jetzt eine wichtige Sache. Gut aufpassen. Wir gehen jetzt hier zu Plugins. Neue hinzufügen. Ganz wichtig an der Stelle, du musst natürlich nicht diese Vorlagen nutzen, die ich dir jetzt hier gezeigt habe. Mit denen spart du dir halt enorm viel Zeit. Also das lohnt sich schon, sich diese zu holen. Wir gehen jetzt hier zu Plugins und suchen mal nach Duplicate. Duplicate Post oder Page. Post. So. Genau das hier nehmen wir. Klicken auf Jetzt installieren. Weil dann können wir ganz einfach unsere Seiten duplizieren. Weil bei Elementor hat es ja nicht standardmäßig diese Möglichkeit drin, dass du automatisch Seiten duplizieren kannst. Ich mache jetzt hier auch mal kurz meine Kamera aus. So. Ja. Gut. Wir gehen jetzt hier zu Seiten. Also diese Seite, die kopieren wir uns jetzt hier mal ganz einfach. Wir klicken hier auf Kopieren. So. Und die können wir jetzt natürlich noch mal kopieren. Können wir auch machen. Bam. So. Diese zwei kopierten Seiten würde ich aber dieser Seite unterordnen, damit das nachher übersichtlicher ist. Ich zeige dir, also ich hoffe, das haben wir jetzt gerade schon verstanden. Wieso? Wenn nicht, dann zeige ich es gleich noch mal ganz kurz. So. Jetzt nehmen wir jetzt Lektion 2. Und wir nehmen jetzt aber hier Kursmodul 1, Lektion 1 als Übersicht. Das macht auch gleich total Sinn. Also wie gesagt, keine Sorge, wenn du das jetzt nicht direkt verstehen solltest. Und das würde ich hier mit dieser Seite auch noch mal machen. So. Auch die Lektion 1-Zeitig ganz wichtig. Hier auswählen. Bam. Du siehst, jetzt sind diese beiden Lektionen, ja, die können wir auch noch kurz anders umnennen, damit das mehr Sinn macht. So. Äh, Lektion 2 wäre das dann ja. Und das hier wäre Lektion 3. Bam. So. Gut. Also Lektion 1, 2, 3 und 2 und 3, die sind halt jeweils der Lektion 1 untergeordnet. Die 4 wäre natürlich auch der Lektion 1 untergeordnet und so weiter. Das ist nachher einfach übersichtlicher, sage ich mal so. Für dich. Weil wenn du jetzt ein neues Modul hast, dann wirst du einfach hier diese Seite hier wieder kopieren. Bam. Kopieren klicken. Okay. Tada. Passt so. Gehst auf bearbeiten. Kurz 1 und dann nennst du das halt Modul 2. und hier Lektion 1. Gut. Und bei Modul 2 wird es dann jetzt halt hier wieder die Seite kopieren. Bam. Und die Lektion 2. Halt diesmal eben der Modul 2 Seite unterordnen, die wir ja gerade erstellt haben. Ja. So. Ich denke aber, das sollte jetzt jeder verstanden haben. Das ist jetzt wirklich eigentlich ziemlich simpel. Ja, das ist einfach nachher für die bessere Übersicht, sage ich. Also, bam, bam. So. Gut. Jetzt verlinken wir noch mal kurz alles und dann richten wir jetzt so richtig gleich den Mitgliederbereich ein. Also, bei der Kursübersicht, na, die bearbeiten wir jetzt kurz mit Elementor. Ich gehe jetzt hier auf mit Elementor bearbeiten, habe das in einem neuen Tab jetzt gerade geöffnet. Kannst auch rechtsklick in einem Tab öffnen machen. So. Und hier wollen wir jetzt die Modulübersichtseite verlinken bei unserem ersten Kurs. So. Äh, genau hier. Also, bam. Ich packe jetzt hier einfach den Link rein. Wir können natürlich auch das Bild verlinken, wenn wir wollen. Link, individuelle URL, bam. Dann können Sie auch, wenn Sie aufs Bild klicken, direkt zum Kurs gelangen. Ich klicke auf Aktualisieren. Hier bei, äh, so, bei der Mod, genau, jetzt müssen wir noch die Mod, jetzt haben wir gerade die Kursübersichtseite bearbeitet. Jetzt müssen wir hier noch von der Modulübersichtseite auf die Module verlinken. Auch hier tue ich jetzt, äh, die Modulübersichtseite mit Elementor bearbeiten. und bei Modul 1 tun wir jetzt hier Modul 1 verlinken. Modul 1 ist, na, da müssen wir hier die erste Lektion des Moduls eben verlinken. Bäm, also ich kopiere mir hier den Link zur Seite. Ich öffne es jetzt einfach mal. Bäm, kopiere mir hier den Link der Seite und tue das dann hier verlinken. Jetzt lädt das hier irgendwie ewig. Ich lade nochmal die Seite neu. Manchmal tritt dieser Fehler in letzter Zeit tatsächlich bei mir auf. So, bäm, packe jetzt hier also den Link rein. Und bei Modul 2 müssen wir jetzt hier natürlich so, diesen, äh, Link zur Modul 2 Lektion 1 nehmen. Äh, ja, hier Modul 2. Bäm, Gut, und klicken hier auch auf Aktualisieren. die anderen, bei den anderen Modulen, wenn du mehr hast, wirst du das eben auch so machen, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Gut, mh, jetzt müssen wir noch kurz die Lektionszeiten bearbeiten. Das zeige ich jetzt einfach anhand, äh, Modul 1 Lektion 1. Mh, hier erstellen wir, um es einfach noch cooler und besser zu machen, als das jetzt hier schon ein bisschen professioneller, aber halt auch besser im Endeffekt für dich, beziehungsweise ist es aber ganz einfach, wie gesagt, du gehst zu Design Menüs und erstellst hier einfach ein neues Menü hier oben. Erstell ein neues Menü und nennst das, ähm, Kurs 1 Modul 1 Übersicht oder so, ja, und klicken auf Menü erstellen, hier nichts auswählen, musst du nicht machen und wir lassen uns mal alle Seiten anzeigen, also Kurs 1, Modul 1, Lektion 1, Lektion 2, Lektion 3 und hier tun wir jetzt einfach alle, äh, Lektionen des Moduls hinzufügen, so, 1, 2, 3, die können wir auch direkt so untereinander lassen, speichern das Ganze. Wir können die natürlich vom Namen her noch abändern, ich lasse es jetzt einfach mal so, so, und hier Lektion 3, bam, und wir klicken auf Menü speichern, so, damit wir das alles gleich schön eingerichtet haben, so, und jetzt gehen wir ganz einfach, äh, zu der entsprechenden Seite, na, Kurs 1, Modul 1, Lektion 1, wir gehen jetzt hier auf mit Elementor bearbeiten, das ist ja diese Seite hier, und da werden wir jetzt hier bei Navigation einfach ein Menü aus, und zwar, Kurs 1, Modul 1, Übersicht. So, und dann haben wir jetzt hier an der Seite, bei diesem Layout, ganz einfach, ähm, die Lektionen verlinkend. Du kannst hier unten drunter, du kannst das natürlich auch anders machen, du kannst es auch per Texting machen, aber so kannst du halt im Nachhinein super einfach, äh, das Menü ändern, solltest du mal deinen Kurs umstrukturieren, wenn du das mit dem WordPress im Menü machst. Du kannst, wie gesagt, natürlich auch hier per Texteditor die Sachen verlinken, aber das, da muss halt bei jeder Seite nachher das Einzelne abändern. Weil jetzt können wir halt eben so, auch bei diesen ganzen anderen Lektionsseiten, ganz einfach direkt das Menü einfügen. So, Bäm, auch hier, Übersicht machen wir rein, und hier auch. So, Bäm. Gut. Mh, ja. Wir können natürlich auch immer nur direkt, also wir hätten das natürlich auch cleverer machen können, direkt bei Elementor, als wir diese Lektionseinseite erstellt haben, das Menü schon hinzufügen, und dann erst diese Seite hier kopieren, und die weiteren Lektionen des Moduls erstellen, da hätten wir es jetzt nicht nochmal extra hinzufügen müssen. So, dasselbe wir es dann natürlich auch für die anderen Module machen, wieder ein neues Modul, neues Menü für das nächste Modul erstellen, und das dann genauso machen. So, und jetzt kann man im Prinzip schon relativ easy navigieren, was wir hier vielleicht noch machen sollten, bei den einzelnen Seiten, da habe ich hier immer so einen Button zurück zur Übersicht, oder nächste Lektion, das kann man natürlich auch dann ganz einfach hier einfügen, also zur Übersicht müssen wir halt hier die Modulübersicht verlinken, und nächste Lektion müssen wir halt eben den Link zur zweiten Lektion bei der Lektion 1 Seite eben reinmachen. Wir sind ja gerade auf der Lektion 1 Seite hier, und bei der nächsten Lektion ist die Lektion 2, also müssen wir jetzt hier den Link einfügen. So, gut, und so machen wir das, dann würden wir das natürlich auch hier auch für die anderen Module noch machen, äh, Lektionen machen, sag ich mal, beziehungsweise ja, auch bei Modul 2 natürlich. Ähm, du kannst aber auch mit dem Tool, was ich jetzt gleich zeigen werde, für den Mitgliederbereich ganz einfach, sag ich mal so, hin und her, also so einen Button vor und zurück einfügen, da brauchst du dann das jetzt hier nicht, wie ich es jetzt hier dir gezeigt habe. Äh, bei den einzelnen Lektionen können wir natürlich noch Videos einfügen, du kannst natürlich die Videos einmal auf Vimeo hochladen, da solltest du aber einen kostenpflichtigen Account, sag ich mal, haben, damit das Sinn macht, damit du die gescheit einbetten kannst, sag ich mal, der kostet aber nicht viel, werde ich dir mal unterhalb verlinken, oder du kannst es komplett kostenlos machen mit YouTube, machst dir einfach einen YouTube-Account, lädst dann die Videos hoch, ne, erstellen, Video hochladen, und dann kannst du die auf nicht gelistet hochladen, so dass man eigentlich die Videos nur abrufen kann, wenn man den individuellen Link dazu besitzt, ist natürlich nicht ganz so professionell, ja, aber gerade wenn man anfängt, kann man das schon so machen, hatte ich mit meinem ersten Online-Kurs auch so gemacht. Äh, ne, also ich schnappe jetzt einfach mal hier dieses Test-Video, also kopiere mir hier den Link, füge den dann jetzt hier ein, äh, so, YouTube würde ich jetzt hier auswählen müssen, bam, hätten wir jetzt hier unser Video drin, und das würden wir dann natürlich auch bei den weiteren Lektionen machen, würden da eben ganz einfach die Videos einfügen, ne, jetzt sind wir hier für Lektion 1 das eingefügt, bei Lektion 2, Lektion 3 und so weiter, würden wir das auch machen. Gut, jetzt ist aber natürlich alles noch gar nicht geschützt, ne, im Prinzip kann ja jeder jetzt aktuell unseren Kurs anschauen. Wie können wir jetzt unsere Inhalte schützen? Das geht ganz einfach mit dem Plugin Digimember. Digimember ist ein Mitgliederbereich Plugin, das du kostenlos nutzen kannst, ich glaube bis zu 50 Mitgliedern oder so, und dafür gehst du einfach auf die Seite, die ich dir unterhalb verlinkt habe, damit du dir das auch kostenlos holen kannst, klickst einfach auf den Link unterhalb, landest dann hier auf die Seite, klickst auf jetzt kostenlos testen, gibst hier deine E-Mail-Adresse ein, das mache ich jetzt mal kurz, so, ähm, ja, müssen wir jetzt hier gleich den Haken reinmachen, ich klicke eintragen und downloaden. So, jetzt müssen wir noch unsere E-Mail-Adresse bestätigen, das machen wir doch kurz. Ja, tatsächlich ist die Mail jetzt hier im Spam-Ordner gelandet, ähm, wieso auch immer, weil Digimember eigentlich echt cool ist, so, aber kann ja mal passieren, ich tue die E-Mail hier im Posteingang wieder und wir klicken einfach hier auf E-Mail bestätigen. Wir haben dann hier auch die Möglichkeit, das lohnt sich jetzt schon hier, ähm, die Pro-Variante zu holen. Wenn du eh weißt, hey, du möchtest gleich richtig durchstarten und so und, ähm, möchtest auch mehr als nur ein Produkt haben, weil bei der kostenlosen Variante kannst du auch nur ein Produkt anlegen, dann holt ihr halt hier die Pro-Variante. Lohnt sich, habe ich auch bei mehreren Projekten und, ja, kann ich nur empfehlen. Die kostenlose Variante, die können wir jetzt aber auch hier downloaden, haben wir uns gerade gesichert. Ähm, genau, wir haben es jetzt hier oben. Wir gehen jetzt hier zu Plugins in WordPress und tun jetzt hier neues Plugin hinzufügen, darauf klicken und dann hier auf Plugin hochladen klicken und ziehen uns diese SIP-Datei, die wir gerade ja heruntergeladen haben, einfach hier rein und klicken auf jetzt installieren. Also Digi-Member ist jetzt installiert. Wir kriegen auch hier oben direkt die Meldung, dass Digi-Member nicht mit DigiStore24 verbunden ist. Du musst nicht zwingend DigiStore24 als Zahlungsanbieter nutzen, wenn du nachher einen Kurs verkaufen willst, sag ich mal, und den eben mit Digi-Member erstellst, wie ich dir jetzt zeige. Du kannst auch andere Anbieter nutzen als Zahlungsdienstleister. Aber mit DigiStore ist das wirklich am einfachsten, muss man sagen. Aber CopeCard geht auch beispielsweise. So, jetzt ganz wichtig. Um jetzt hier richtig durchzustarten mit Digi-Member, müssen wir als erstes mal ein Digi-Member jetzt hier ein Produkt anlegen. Wir gehen jetzt hier zu Digi-Member. Um DigiStore kümmern wir uns später, Zeit ist später noch. Das dient einfach nachher dazu, dass wir eine super einfache Zahlungsabwicklung haben und die Leute das ganz einfach kaufen können. Wenn du jetzt aber zum Beispiel nur einen internen Mitgliederbereich hast für Schulungen oder so, brauchst du DigiStore gar nicht im Prinzip. So, Digi-Member. Wir gehen jetzt hier als erstes mal zu Einstellungen. Wenn du nachher DigiStore Digi-Member Pro hast, dann gibst du hier einen Lizenzschlüssel ein. Ja, hier kannst du auch einige Dinge einstellen. Absendername von den E-Mails, die absende E-Mail-Adresse und so weiter. Wenn nachher zum Beispiel Zugangsdaten verschickt werden. Ich nehme jetzt einfach mal hier die Standard-Versand-Domain unserer Webseite jetzt hier. Die ist im Normalfall immer WordPress-Ad und dann deine Domain. Beziehungsweise Antwort-E-Mail-Adresse würde ich jetzt eine andere, glaube ich, angeben. So, Patrick oder so würde ich jetzt hier eben reinschreiben. Du schreibst eben deinen Namen ein. Du kannst das Ganze auch jetzt hier über ein E-Mail-Konto, sage ich mal, versenden, um das Ganze noch solider, sage ich mal, zu machen. Würde ich dir eigentlich auch empfehlen. Wir lassen jetzt aber erst mal so. Gut. Hier gibt es noch einige Optionen. Hier gibst du die URL an, über die sich die Leute bei dir anmelden können. Da haben wir ja vorher hier die Login-Seite erstellt. Da schnappen wir uns einfach hier den Link. So. Bam. Und den fügen wir jetzt hier ein. trial.wbp.com.de slash login. Und das machen wir mal so. Gut. Wir erstellen jetzt im nächsten Schritt ein Produkt. Ein neues Mitgliederprodukt in unserem Fall. Das nenne ich jetzt, angenommen, unser Online-Kurs ist ein Hundekurs. Dann nenne ich das einfach mal Hundekurs. Ich weiß, sehr innovative Name. Seite nach dem ersten Login ist die Kursübersicht, würde ich sagen. Beziehungsweise kannst du auch direkt die Modulübersicht machen beim Produkt und dann hier für alle weiteren Logins beispielsweise die Kursübersicht nehmen. Also bei allen weiteren Logins, wenn du mehrere Produkte hast, würde ich immer Kursübersicht einstellen. Genau. Menüeinstellung. Passt eigentlich alles soweit. Zugangsdauer. Da kannst du halt noch beschränken und sagen, die Leute haben zum Beispiel nur 180 Tage Zugriff auf dein Produkt oder 365, wie auch immer. So. Änderungen übernehmen. Wir lassen das jetzt mal so. Hier kannst du auch nachher das Ganze ganz einfach mit Digistore verknüpfen. Werden wir auch nachher noch kurz machen. So. Dann gehen wir weiter. Jetzt haben wir das Produkt angelegt. Zu Inhalte gehen wir jetzt. Und wir wählen jetzt hier unseren Wundelkurs eben aus in unserem Fall und tun jetzt hier die Modulstruktur angeben. Also heißt, beziehungsweise die Kursstruktur. Hier geben wir jetzt ganz einfach die Seiten an, die nachher geschützt sind, wo eben der Nutzer nur darauf zugreifen kann, wenn er eingeloggt ist. Die Kursübersichtszeiten, die würdest du im Normalfall nicht schützen. Die Login-Seite natürlich auch nicht, weil auf die Seiten müssen eben die Nutzer natürlich gelangen, um sich überhaupt einzuloggen. Ja. Also Kursübersicht könnte man schon schützen, aber ja, mache ich im Normalfall nicht, weil das ist ja relativ egal. Da ist ja kein schützenswerte Inhalt drauf. Also wir fügen jetzt hier einmal Modulübersicht und dann eben diese Seite, diese Seite, diese Seite, diese Seite, diese Seite. Die können wir jetzt auch schön strukturieren. Also Modulübersicht und dann hier Modul 1, Lektion 1, Modul 1, Lektion 2. Beziehungsweise können wir auch so untereinander packen oder so, wie auch immer, wie wir das eben haben wollen. Also eigentlich würde jetzt tatsächlich mehr Sinn machen, das so zu machen. So. Bäm, bäm, bäm. So. Gut. Na, also hier der Kurs, die Kursseite mit den Lektionen, die ist geschützt. Und dann eben die einzelnen Module. Bäm, bäm, bäm. Und hier auch. Na, da geht es dann eben weiter mit dem nächsten Modul und den einzelnen Untermodul. So, dann klicken wir hier auf Änderungen übernehmen. Jetzt zeigt ja auch, was das Ganze gemacht hat. Wir sind jetzt hier natürlich eingeloggt mit, na, wir sind ja ja Admin auf der Seite, deshalb wir können natürlich hier noch die Seite dementsprechend ansehen. Äh, das oben hier, den Fehler, den ändern wir gleich, keine Sorge. Aber, wenn jetzt jemand, eben der nicht eingeloggt ist, gerade auf diese Lektion 1 beispielsweise zugreifen will, dann siehst du, tada, bäm, kann er aktuell nicht darauf zugreifen. Ähm, genau, weil er eben nicht eingeloggt ist. Und im Endeffekt sind jetzt also unsere Seiten schon mal geschützt. Das ist doch schon mal sehr gut, definitiv. Ähm, ich behebe ganz kurz den Fehler mit dem Menü. Ja, hier hat es wohl mit dem Menü ein kleines Problem gegeben, aber das ist kein Ding. Das ändere ich ganz kurz. So, wir bearbeiten einfach hier die Kopfzeile mit Elementor. Äh, ganz wichtig, äh, diesen Header, so wie ich ihn jetzt erstellt habe, das kannst du nur mit Elementor Pro im Endeffekt machen. Ja, da müssen wir hier einfach unser Hauptmenü auswählen, dann passt das alles wieder. Na, kleiner Fehler an der Stelle. Äh, die Vorlage für Header und Menü, die habe ich dir auch unterhalb aus dem verlinkt, dann kannst du die auch ganz easy nutzen. Gut. Mmh, so. Also, damit du halt einfach super schnell da vorankommst und nicht unnötig Zeit verschwendest. Gut. Also, wir haben jetzt, wie gesagt, einmal das Produkt angelegt in Digimember, ähm, und auch dem Produkt die Inhalte zugeordnet. Wenn du mehrere Produkte hast, äh, dann kannst du hier die Inhalte ganz einfach zuordnen, indem du hier dann das andere Produkt auswählst. Du kannst aber auch auf entsprechende Seiten gehen und auf Bearbeiten klicken und hier an der Seite dann ganz einfach, ähm, die Seite einem Produkt zuordnen oder eben auch wieder rausnehmen, wenn du es nicht in einem bestimmten Produkt haben willst. Einzelseiten können auch mehreren Produkten zugeordnet werden, ja. So, wir gehen wieder zurück. Wir brauchen hier noch eine wichtige Sache, beziehungsweise sie sollte eigentlich jetzt auch automatisch eingestellt sein, nämlich bei Mail-Texte. Na, also, wenn jetzt jemand unseren Hundekuss hier bestellt, kriegt er diese Mail. Willkommen zum Hundekuss. Herzlichen Glückwunsch, bla bla bla, du hast das Produkt erworben, dann wird hier ein Nutzername und das Passwort dem Nutzer automatisch generiert und zugesendet. Hier ist dann auch die Login-URL verlinkt. Das ist die URL, die wir unter Einstellung bei Optionen festgelegt haben. Diese Mails kannst du natürlich anpassen. Das ist auch ganz genau in der Online-Kursformel beschrieben, wie du so eine gute Willkommens-Mail erstellst, damit du eben nachher auch weniger Stornos und so weiter hast. Weil wenn du die gut erstellst, sag ich mal, dann ist die Stornokquote auch tatsächlich niedriger. Ähm, genau. So, jetzt wollen wir das Ganze noch mit Digistore verknüpfen, sodass Leute nachher auf Digistore unseren Kurs kaufen, beziehungsweise mit Hilfe von Digistore unseren Kurs kaufen können, wir unsere Kohle kriegen, sag ich mal, dafür und der Nutzer automatisch direkt den Zugang bekommt. Wenn du jetzt keinen Kurs verkaufen willst, sondern einfach einen internen Mitgliederbereich für Mitarbeiter, Schuldungen oder so brauchst, kannst du hier ganz einfach bei Bestellung einen neuen Nutzer hinzufügen und dem auch ein Produkt zuordnen. Ähm, ja, das kannst du ganz einfach manuell hier machen und, ja, musst du dann nicht irgendwie das Produkt mit Digistore verknüpfen, meine ich. Digi-Member brauchst du natürlich. So, wir gehen jetzt zu Digistore und da tust du sie registrieren, wenn du noch keinen Account hast. Ich habe jetzt mich hier mal angemeldet mit unserem Test-Account und im Test-Account kannst du eben jetzt ganz einfach ein neues Produkt hinzufügen. Du gehst hier zu Produkt, also Konto, Produkte. Ganz wichtig, hier muss Vendor als Ansicht ausgewählt sein und nicht erfüllen. Du gehst hier zu Produkte und kannst es hier an Produkt hinzufügen. Ich nenne das Produkt jetzt Produkt Hundekurs. Die Sprache ist Deutsch. So, Produkttyp. Hier müssen wir eben Mitgliederbereich und Videokurse auswählen in dem Fall. Ja, automatisch ermitteln, passt. Geschenkoption, nein. Wir können die Affiliate-Provision einstellen. Ich mache die mal im Normal V50. So, hier kannst du die Verkaufsseite festlegen, worüber du das Produkt nachher verkaufst. Genau, die ist nachher auch wichtig, wenn du Affiliate-Dings beispielsweise erstellst. Danke-Seiten kannst du festlegen. Wir lassen das einfach mal alles und nutzen die Standardseiten von Digistore. Genau, das lassen wir auch so. Bäm, bäm, bäm. Ja, wir klicken jetzt hier auf Speichern. Wunderbar. Wir gehen zum Bestellformular. Hier müssen wir das Produkt beschreiben. Hunde-Kurs, der dir genau zeigt, wie du deinen Hund, keine Ahnung, Sturm reinmachst. Ja, macht jetzt eigentlich keinen Sinn, dass wir sollten dann eher Welpenkurs oder so heißen. Aber ist ja jetzt nur ein Beispiel. Inklusive zwei HD-Videos oder so. Genau, das Kontakt-E-Mail sollten wir angeben. Ja, Bestellformular nehmen wir einfach das Standardformular, sag ich mal. Du kannst auch hier bei Bestellformulare neue Bestellformulare erstellen. Also die zeigen, wie nachher die Bestellseite einfach aussieht. Das kannst du da auch selber festlegen. Genau, wir nehmen jetzt einfach mal das Standardmäßige. So, den Rest lassen wir jetzt hier mal klicken auf Speichern. Zahlungspläne, das ist jetzt wichtig. Wie viel kostet unser Produkt? Sind die Preise? Brutto-Preise oder Nettobreise? Ich wähle jetzt hier mal Brutto-Preise aus. Bezahlmethoden alle. Genau, das machen wir speichern. So, und jetzt hier unten legen wir den Preis fest. Euro, keine Testphase wollen wir. Erstzahlung, zum Beispiel 27 Euro. Lassen wir jetzt mal so. Kann man natürlich auch abändern. Anzahl der Zahlungen. Einmalzahlung, wir können aber auch Abo einstellen. Mengenrabatt, nein und so weiter. Passt alles. Zahlungsplan hinzufügen. Beziehungsweise haben wir hier zwei Zahlungspläne, der, der automatisch schon hinzugefügt wurde. Dieser hier. Wir wollen jetzt aber hier das zum Beispiel nicht für 37 Euro verkaufen. Löschen das jetzt. Also hier diesen Standardzahlungsplan. Und haben jetzt hier nur noch diesen einen Zahlungsplan. Du kannst hier natürlich auch noch einen weiteren Zahlungsplan hinzufügen. Zum Beispiel eine Ratenzahlung. Jetzt bei 27 Euro macht das natürlich keinen Sinn im Normalfall. Aber zum Beispiel drei Raten an 9 Euro. Folgezahlung auch 9 Euro. Ja, jetzt auch 27 Euro insgesamt. Zahlungsplan hinzufügen. Dann könnt ihr Nutzer nachher zwischen Einmal und Ratenzahlung auswählen. Ja, jetzt gibt es hier noch viele weitere Dinge. Die lassen wir jetzt aber mal an der Stelle. Hier bei Links bekommen wir den Link zum Bestellformular. Wenn wir also nachher eine Verkaufsseite erstellen, dann haben wir also eine Verkaufsseite wie zum Beispiel diese Seite hier. Die Vorlage zu dieser Seite hier, die werdet ihr auch mal unterhalb verlinken, wo du die findest. Und wenn der Nutzer dann hier draufklickt, auf dem Button müssen wir eben unser Bestellformular verlinken. Damit der Nutzer dann hier landet beim Bestellformular. Ja, dann sieht man jetzt hier Hundekurs. Tada. Dann kann er hier auswählen. Einmalzahlung oder Ratenzahlung. Privatperson oder Unternehmen. Wir sind jetzt Privatperson. Ich bestelle das jetzt einfach mal Test halber. Mike Test. Und Wperfolgetest plus abc at gmail.com. Einfach als Testbestellung. Und ich wähle jetzt hier Testpay aus, um eben eine Testbestellung zu machen, um zu sehen, ob alles funktioniert. Ne, beziehungsweise ich mache noch keine Testbestellung, weil wir noch als ganz wichtiges vergessen haben. Wir haben ja jetzt hier das Produkt erstellt, den Hundekurs. Den sehen wir jetzt auch hier. Hundekurs, genau. Und den müssen wir eben noch verknüpfen. Und zwar müssen wir den hier mit Digimember verknüpfen. Haben wir ja noch gar nicht gemacht. Jetzt gerade fast übersehen. So, also wir gehen jetzt hier nämlich. Wir können also einmal hier natürlich auch Digimember ganz normal mit Digistore verknüpfen. Das machen wir jetzt mal hier. Jetzt mit Digimember, äh, mit Digistore verknüpfen. Beziehungsweise, wenn du diesen Button hier nicht hast, kannst du es auch ganz einfach machen. Hier bei Einstellungen. Jetzt mit Digistore 24 verbinden. Wir klicken auf OK. Da müssen wir dann jetzt hier uns einloggen einfach. Bei Digistore meine ich. Muss ich gerade schauen, ob ich das richtige Passwort auch habe. Ja, war richtig. Gut. Und dann sind wir jetzt ganz einfach verknüpft. Ja, so. Und dann können wir jetzt auch hier ganz einfach zu Produkte gehen. Wir haben ja hier den Hundekurs einmal in Digimember angelegt. Den müssen wir jetzt mit dem Produkt in Digistore verknüpfen. Und dafür gehen wir jetzt hier auf Bearbeiten. Und gehen dann hier zum Digistore. Und wählen jetzt hier Hundekurs aus. Und klicken auf Änderung übernehmen. Ja. Gut. Jetzt sind die beiden Produkte tatsächlich miteinander verknüpft. Also einmal das, weil das ja im Prinzip unterschiedliche Produkte, obwohl es ja eigentlich dasselbe ist. Das Digimember-Produkt muss natürlich mit dem Digistore-Produkt verknüpfen, damit das nachher alles funktioniert. So, also wir probieren jetzt hier nochmal die Bestellung. Also ich lade die Seite nochmal neu, um einfach auf Nummer sicher zu gehen. So, also. My Tester. So. WP Erfolg Test. Und wir werden jetzt hier Testpay ausklicken, Bestellung abschließen. Testzahlung. So. Wunderbar. Ja, und jetzt sehen wir auch hier direkt unsere Zugangsdaten. Also. Na, können wir uns mal kopieren. Rechtsweg, Adresse des Links kopieren. Das mache ich jetzt mal im Incognito-Modus. Oh, und jetzt sehen wir, oh, wir haben hier noch gar keine richtige Login-Maske. Du siehst zwar hier schon eine, aber die, ja, wobei, die könnte ja auch funktionieren. Müsste ja eigentlich funktionieren sogar. Probieren wir mal kurz aus. Ähm, genau. Müsste eigentlich funktionieren. Normalerweise nutze ich immer eine andere. Zeigt ja auch gleich wieso. Also, na, wir wechseln hier nochmal. So, bam, das müsste eigentlich jetzt klappen. Tada, funktioniert auch, wie du siehst. Ähm, wir gehen mal hier zurück zur Startseite. Äh, ja, da haben wir noch was nicht richtig verlinkt. Ich gehe einfach hier nochmal zur Kursübersicht. So, da, und wir sehen jetzt, na, wir können jetzt hier auch auf den Kurs zugreifen, wie du siehst. Tada, wir sehen auch alles. Vorher hast du ja gesehen, als wir nicht eingeloggt waren, dass wir eben nicht alles gesehen haben. Ich würde dir eine Sache noch empfehlen. Und zwar folgende. Ich habe ja gerade bei der Login-Seite gesagt, dass du hier eben das Formular, das Login-Formular noch austauschen sollst. Das hat jetzt zwar auch gerade, na, gut funktioniert, wie du siehst, passt auch immer alles soweit. Aber ich nutze im Normalfall dann schon das Digi-Member-Login-Formular. Das findet ihr ganz einfach bei Digi-Member. Und dann zum Beispiel bei Shortcodes kannst du ganz einfach hier Shortcode hinzufügen. Und hier DS-Login, das ist der Digi-Store-Login, sag ich mal, also das Login-Widget. Das können wir im Endeffekt auch alles so lassen. Genau, hier können wir den Button noch ein bisschen abändern, farblich und so weiter. Ja, wir können hier auch als Anmelde-URL hier diese Seite auswählen. So, aber das passt soweit. So, okay, bam, und das kopieren wir uns jetzt einfach, gehen dann, wie gesagt, zu Seiten. Das würde ich dir auch empfehlen, so zu machen. Auf mit Elemento bearbeiten und dann suchen wir hier nach Shortcode, bam, und fügen dann hier unseren Shortcode ein. So, da ich ja jetzt bereits eingeloggt bin, wird dann hier eben angezeigt, willkommen im WP-Erfolg in meinem Fall. Also, je nachdem, wie du eben hier mit deinem Namen hinterlegt bist in WordPress, aber eben jetzt hier mit anderen. Wir gehen hier für nochmal in den Cognito-Modus. Also, jemand, der jetzt neu auf der Seite ist, nicht eingeloggt ist, für den sieht das Ganze dann so aus und er kann sich hier dann ganz einfach einloggen und aber auch hier wieder ausloggen. Ja, du kannst natürlich noch viele weitere Sachen machen mit Digimember. Das waren jetzt mal wirklich die größten Grundlagen. Ich zeige dir jetzt noch ein paar wichtige Sachen, also noch gut aufpassen. Du kannst, wichtig, du kannst natürlich auch hier, würde ich das Menü des Mitgliederbereichs auch immer dementsprechend bearbeiten. Aktuell haben wir jetzt hier eigentlich nicht so wirklich passende Menüpunkte, die jetzt hier zu unserer Seite passen. Deshalb, da würde ich dann noch irgendwie die Startseite, würde ich mal verlinken, die Kursübersichtsseite, ja, so, die anderen Sachen können wir wegmachen. Ja, was macht noch Sinn, im Menü zu haben, bei einem Online-Kurs beispielsweise bei einer Mitgliederbereichsseite? Da ist zum Beispiel eine Affiliate-Seite, wo die Leute das empfehlen können, eine Ressourcenseite, wo die wichtigsten Ressourcen beispielsweise angezeigt werden. Genau. Ja, wir haben ja uns gerade angeschaut, wie das so funktioniert. Nach der Bestellung mit dem Login, wir hatten einmal hier unsere Zugangsdaten, der Nutzer hat aber natürlich auch per E-Mail die Zugangsdaten zugesendet bekommen. Wie du jetzt hier siehst, Frederik, willkommen zum Hunde-Kurs. Na, hey, herzlichen Glückwunsch, dass du den Hunde-Kurs erfolgreich beworben. Auch hier findet er nochmal seine Zugangsdaten. Wir loggen uns hier nochmal kurz ein, so, um eben jetzt hier nochmal kurz Fehler zu beheben. Wir klicken hier auf eingeloggt bleiben, anmelden. Bäm, also er kann jetzt hier ganz einfach zum Online-Kurs, den er gekauft hat, springen und auch mit dem Modul starten. Haben wir ja so festgelegt und auch zu den anderen Lektionen. Bäm, passt. Wir müssen jetzt hier halt noch die Links teilweise abändern. Auch hier diesen Startzeiten-Ding, der ist noch nicht richtig eingestellt. Und, äh, ich dachte, wir hatten das vorher gemacht, aber scheinbar nicht. Ähm, genau, so, der Link, das wäre dann einfach der Link zur Kursübersichtsseite hier oben. Na, also ich habe jetzt mir hier gerade den Link von der Kursübersichtsseite geschnappt und den füge ich jetzt hier ein, bei der Modulübersichtsseite. So, und dann könnt ihr den Nutzer jetzt auch hier ganz einfach zurückspringen. Er kann natürlich aber hier oben auch im Menü immer zur Kursübersicht gelangen. Und, ja, also so einfach funktioniert das. Na, da kann man auch mit Modul 2 weitermachen. Da haben wir jetzt hier noch kein Menü festgelegt. Deshalb ist dieser komische Text da. Genau, ähm, genau. Hier haben wir es ja richtig festgelegt. Da passt dann alles. So, äh, ganz wichtig an der Stelle. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Online-Kurs erstellen willst, um den zu verkaufen, dann würde ich dir noch empfehlen, mein Online-Kurs-Training anzuschauen. Das habe ich dir unterhalb verlinkt. Das hat das richtig in sich. Dort zeige ich dir nämlich die Schritte, die ich gehe, um erfolgreiche Online-Kurse zu erstellen. Ich habe mehrere Online-Kurse erstellt, die sechsstellige Einnahmen bzw. auch Gewinne für mich generiert haben. Ich weiß ganz genau, wie das geht, wie du den Gut strukturierst, wie die Leute happy und zufrieden sind. Und auch viel wichtiger, denn daran scheitert es im Normalfall. Ich zeige dir dort auch, wie du einen Online-Kurs richtig verkaufst. Weil die meisten schaffen es eben nicht, einen Online-Kurs gut zu verkaufen und zu vermarkten und scheitern deshalb. Nicht, weil der Kurs schlecht ist, sondern weil sie es einfach nicht vermarktet kriegen. Deshalb schau dir unbedingt mal das Training an, indem ich dir genau zeige, wie ich vorgehe. Lohnt sich richtig. Haben schon richtig viele angeschaut. Und die Leute sind super happy. Und ich kriege da immer wieder Dankesnachrichten, dass da ihnen das Ganze so geholfen hat. Die Vorlagen, wie gesagt, die findest du unterhalb. Die würde ich dir auf jeden Fall auch empfehlen zu holen, damit du dir halt super einfach deinen Online-Kurs dann hier erstellen kannst. Weil sonst sitzt du nachher ewig dran, einen coolen Online-Kurs zu erstellen bzw. damit das Ganze dann auch gut aussieht und so weiter. Und mit diesen Vorlagen hast du das halt direkt mit zwei, drei Mausklicks einmal hier eingefügt, wie du ja vorher gesehen hast. Und kannst dann direkt loslegen und hast dann in Nullkommanichts deinen Mitgliederbereich. Ja, das dazu. Mit DigiMember kannst du natürlich noch deutlich mehr machen. Habe ich dir auch unterhalb verlinkt, wie gesagt. Alle Sachen sind unterhalb auch Elementor Pro. Das ist ja eben hier das Tool, mit dem wir jetzt hier in WordPress die Seiten bearbeitet haben. Denke ich, werden die meisten kennen. Ich nutze Elementor Pro, damit du halt super einfach den Header und den Footer bearbeiten kannst und auch Unterseiten bearbeiten kannst und eben coole Elemente mit dabei hast, die eben in der kostenlosen Variante nicht mit drin sind. Also das nochmal dazu. Ich fasse nochmal zusammen. Mach es einfach so wie in dem Video. Hol dir DigiMember. Habe ich unterhalb verlinkt. Hol dir die Templates. Habe ich dir unterhalb verlinkt. Lade die dir herunter. Und schau dir unbedingt das Online-Kurs Training an. Das lohnt sich richtig. Das dazu. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Dein Fredrik. Ciao. Like jetzt das Video, wenn es dir geholfen hat und teile es mit deinen Freunden. Abonniere jetzt unseren Kanal für bessere Websites, viele Besucher und mehr WordPress Erfolg. Stelle zudem sichern, dass du dir ein Gratisgeschenk geholt hast. Links unten findest du ein weiteres spannendes Video. Rechts unten gibt es unser neuestes Video. Wir beide sehen uns gleich im nächsten Video. Ich wünsche dir maximalen WordPress Erfolg.